Hallo meine Freunde des Geflicken Let's Plays und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead 400 Days Later Egal 400 Tage ist das nur. Ich habe übrigens, weil ich im Augenblick meine Homepage ein bisschen am machen bin, also meine alten Let's Plays, ich gucke in der ersten Folge von Terraria, war es glaube ich, fing es so an. Hallo meine Freunde des Geflicken Let's Plays und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Terraria, wenn ich jetzt überlege, wie ich jetzt mittlerweile mal abgehe und ja, da hat sich einiges angeändert, also um mal durch die alten Folgen zu gucken, das ist jetzt schon auch über zwei Jahre her, a la voller. Aber naja, wir werden gleich mal anfangen zu spielen, spezial 400 Tage. Jetzt kommt wieder der ultra tolle Ladebildschirm, den sie sich auch echt hätten sparen können oder schöner machen können. Sparen, klar. Warum macht ihr Ladebildschirme? Ich glaube, es gab tatsächlich ein Spiel, wo man künstliche Ladebildschirme eingefügt hat, um das in eine Länge zu ziehen. Ich wüsste aber nicht mehr welches. Genau, hier kommen wir jetzt an, wir spielen ja den kleinen afroamerikanischen Jungen. War es so? Ich glaube, ja. Ja, geht afroamerikanisch. Es gibt noch ein paar Suppe. Wir sehen, ob wir es können, während wir es sind. Nicht schuldig. Okay, schuldig. Stopp, du bist ein Puss. Okay. Oh, Scheiße! Go, get out! Ross, get the fuck down, man! You don't want to be there! Get to the truck, I'll cover you! Okay, get ready! Don't stop running! And keep your head down! Was ist passiert? Ich werde dich aufhören! Schau, wie gut du es getan hast! Alles klar, was machen wir? Erst werden wir genau herausfinden, wo dieser Scheiße ist. Geh einen schnellen Blick. Ich weiß, wo er ist. Jetzt wissen wir, wo er ist und wir können ihn verdammt. Alles klar. Ja, das ist der Geist. Lass uns diesen Trunk aufhören. Okay. Es ist in neutral. Bleib deinen Kopf runter. Scheiße! Geh den Reifen getroffen! Geh den Reifen! Er hat noch einen Reifen getroffen. Geh den Reifen! End der Straße! Was jetzt? Wir werden nach dem Seite des Gebäudes gehen. Wir müssen von Koffer zu Koffer gehen. Sehr ehrlich, das Ding. Du kannst mich zuerst aufhören. Ich bin nicht aufhören. Wenn du mich zuerst aufhören, dann werde ich dich zuerst aufhören. Oder wenn du zuerst aufhören möchtest, dann ist das auch okay. Ich werde zuerst aufhören. Attaboy, Russ. All Ass! Ich bin gut. Ich helfe jetzt einfach mal los. Alright, ich bin gut. Halt' aufhören! Schön! Als man beginnt, dann kommen wir. Jetzt was? Gehen wir da hin und wir sollten gut sein. Gehen! Das hat mein Leben. Alles klar, wir haben mehr Arbeit zu tun. Mal schauen, ob wir in die Richtung zurückkommen können. Auf diese Scheiße. Mann, was machen wir? Wir müssen in die Richtung kommen. Ruf uns an uns! Russel, relax, Mann. Wenn das vorbei ist, nehmen wir was wir können, dann geht's auf ihr Grams, und haben eine große, ganz, ganz, sehr, 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 sehr. keep your head down and follow me. You got it. Broth. Alright. We're gonna be fucking quiet. We're gonna sneak up on this son of a bitch and take him out. Can you hear me? Not a fucking beep. Let's go. Let's move. I see him. Check through the window. See if there's anyone else. I think I saw a guy. No shit. Grab him. I'll cover you. Do I sneak up? Just jump out and grab him. Your goal. Okay. Drücken halt die linken Ausnahmen wegen Maus dann vor. Es bewegt lange und ich anzute euch mal schnell um. Don't fucking move! Walt! Oh! Get the fuck out of here, you monsters! Whoa, gramps! I told you not to come back here. Think you could just leave your mask at home? And now you're with this fucking spook! First off, watch the fucking racism. This is my boy. Secondly, I don't fucking know you. We were just passing by like anyone else. Bullshit! You came back to finish us off and take all our food! You've lost your goddamn marbles. She's dying and now she can see your face. Mask? What's he talking about? Fuck if I know. He's crazy. Have you been here before? Russell, don't you start. You tried to kill us for no goddamn reason. If anything, we should take you out for that. Please just get the fuck out of here! Please leave us alone! What do you say, Russ? Should we just kill these folks and take all their stuff? I'm done. That's it, man. I don't know you and I don't want to. Can't you take a fucking joke? Fuck your jokes. I'm sorry, I'm out. Come on. Can we still be friends? No. Hey, he's Voll der Basterd. Alter. What an Psycho. Na, Freunde, wie die sogar hier zichten. Tag 400. We were right. There are survivors out here. Still alive? Oh, they're gonna be happy to get rescued. So how many are we talking about? Around five, I think. They left a note, so at least we know they want to be found. And I can see smoke in the distance. Probably a camp. I'm gonna try to make contact tonight. Great. Well, just be careful and use your best judgment. We're building a good community here. We want to keep it that way. Of course. I'm going to try to talk to him. Wish me love. Yeah, good luck. Sure, we don't notice when he's driving a car. Don't try to force him into anything. Just get as many of them as you can. You got it. Hey. Don't shoot. Don't fucking move. Who the fuck are you? My name is Tavia. How did you find us? I follow the smoke. I'm a scout for a growing settlement up north. We go out and look for survivors to rescue them. We have food, clean water, and shelter for everyone. We're offering you a chance to help us out and start over. God, this sounds too good to be true, but I think it is. Bonnie, get real. Just because you have to tell the truth all the time doesn't mean everyone else does. If I didn't trust people, I'd be dead. I know that for sure. People can care about you if you let them. Like Leland cared when he let you run off alone? That's enough, Becca. Guys, look. If I learned one thing from Danny, it's that we have to stick together and protect ourselves. What? That guy was an asshole. You should be happy he got killed before Shell and Becca joined us. Why? Don't worry about it. Wait, you find survivors? Do you find a lot? Not as many anymore, but... Well, we gotta go. Eddie might be there. Wyatt. Look, we need people. Plain and simple. You folks can decide if you want to come as a group, or split up, or whatever. But I don't want to be out here in the open after dark. So in a few minutes, I'm gonna be getting back in my car and on my way. Hopefully, at least some of you will follow me. Shell, why are we even listening to her? She's obviously lying. Even if she's not, I think it's better to just keep on the move. Staying in one place makes you an easy target. I don't care how safe you think it is. Truck stop was a death trap. It was right off the highway, for God's sake. No way you and a bunch of sick old people were gonna defend it. I don't like this, guys. We should just walk away. I don't trust her. Of course you don't wrestle. You don't trust anyone. I'm not lying to you. You don't trust anyone. Relatively speaking. You clearly outnumbered me. If you wanted to overpower me, you could. You can come with me, or you could stay here. The choice is yours. So, who wants to come with me? Hello? Yeah. I have to. I'm just not sure. We've been out here for so long, and seen so much bullshit. I mean, is it really worth getting our hopes up? Of course it is, Russell. Hope is all we've got left. But being smart? That's what's keeping us alive. Some of you may have been separated from friends or family. It's a long shot, but there's a chance you could find them there. Have your people been through Statesboro? Yes, I think we have. Okay, but I swear to God, if you try anything, you're going to regret it. We'll do everything we can to help you find your friends and family. And understand that I can't promise anything. We understand. I think we've all made up our minds. Well, I guess we have our group. What do you want to do with these? This is a good thing. And now it is. How do we know, this will work out? I give you my word. Alter Falter. Bleiben oder gehen? Bist du im Auto geblieben oder ausgestiegen? Du und 50% der Spieler im Auto geblieben. Nate verlassen. Du bist gegangen oder geblieben? Du und 75% der Spieler haben Nate verlassen. Nachvollziehbar. Lügner hast du Leland angelogen. Du und 75% der Spieler nicht gelogen. Stephanie getötet. Hast du sie dort gelassen oder getötet? Du und 75% der Spieler haben Stephanie getötet. Ich dachte, ich könnte ihn töten. Deswegen habe ich diese Option genommen. Ich wollte Stephanie nicht töten. Gegangen mit Tavia. Aufenthalt auf dem Campingplatz. Okay. The Walking Dead. 400 Tage. Das war schon 400 Tage? Ich weiß, dass es hier Einfluss hat auf Season 2. Das Ding ist, wir haben jetzt den... Zehnten? Elften? Sehe ich das hier gerade irgendwo? Den Elften. Und ich habe mir Computer-Hardware geholt. Und ohne muss Versicherung für Auto zahlen. Ich muss Steuern für Auto zahlen. Nummernschild und Co. Muss ich kaufen. Es war Weihnachten, wo ich Geld ausgeben musste. Ich habe mir neues Equipment allgemein geholt. Ich habe immer auch kein Geld. Heißt, ich muss jetzt bis zum nächsten Mal warten, bis ich mir Season 2 überhaupt kaufen kann. Ja, müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Wobei, ich habe jetzt wieder ein paar Folgen. Ich glaube, 6 Folgen oder so sind das denn überhaupt. Die ich dann hochladen werde. Und dann würde ich sagen, ab dem 2., 3., 4. Februar geht es weiter mit Let's Play The Walking Dead. Dann in der Season 2. Hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich. Denn ich muss sagen, wunderbare Spiele, was ihr jetzt hier vorne dates heute, weiß ich nicht. Weil bisher verschließt sich mir der Sinn davon ganz schön. Kann halt nur Einfluss auf den nächsten Teil haben, weil alles andere wäre gerade komplett sinnlos. Und. Ah, da hat er einen Officer. Ge-ge-geißelt. Da steht ein anderer Officer. Oder sind wir das? Ich weiß es nicht. Ne, wir wären das nicht, glaube ich. Ja. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Denn sehen wir auch endlich wieder unsere Clementine wieder. Puh. Ja. Okay. Also Spiel. 4-3 Tage. Ja. Okay. Episodenstatus. Ja. Verabschiede mich. Recht herzlich bis zu einem weiteren Projekt, einer anderen Folge oder ähnliches. Bis dann aber. Bye. Euer Chris. Bis zum nächsten Mal.